Hallo liebe Leute, ich bin Maike, die Gärtnerin von der Solavie de Öko-Mekpuren. Heute haben wir unsere erste Rosenkohlernte und wir möchten den Rosenkohl so wie er gewachsen ist an die Leute weitergeben, damit unsere Solavisten einfach mal sehen, wie der Rosenkohl so wächst. Und man kann auch den Kohl hier oben mitessen. Wir hoffen, dass die Mitglieder sich darüber freuen. Untertitelung des ZDF, 2020